Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht und dann keiner gern nach Hause geht, dann erleben sie unterwegs die doßen Sachen, mal zum Weinen, mal zum Lachen. Lieber Papi, zeig mir mal etwas von dem Stand. Die Idee ist ideal, ja, das mach ich glatt. Und dann krieg ich auch vielleicht ein Luftballon. Klar mein Sohn, klar mein Sohn, die bunten Luftballon, ein Wasser mit dem Sohn einmal ausgeht, das ist lieber. Nein! Ja! 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 Ja!